So, hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge Splinter Cell Blacklist Coop Wieder mit dem Apophysis Hi Und ja, natürlich mit dem Apophysis Ich meine, wir spielen ja Coop-Missionen Diese heute spielen wir Raketenanlage Ja, und ein schöner Intro-Screen Ja Oh Geil, ich hab lila Lichter Ich hab immer noch die Grünen Okay, aber sobald ich weiß, darf man nicht töten, oder? Ja, das kann gut sein Ich nehm mal, ich nehm meinen Tri-Trikopter Hä? What the fuck, was hab ich getan? Wollte ich nicht den Tri-Kopter nehmen? Hä? Ach, ich spaß dies Sorry Auch mal den Tri-Kopter Ich habe nichts getan Okay Bin direkt hinter dir Geh mal, flieg mal auf die andere Seite Okay Ich denke gerade zwei so Typen Kannst du die nicht mit dem Schlafgas kriegen? Warte, ich hol den Da ist noch einer drin Warte, warte, warte Hier stehen zwei Typen drin Nehmen wir erstmal die auf der Straße, oder? Wo bist du? Ja, nehmen wir die auf der Straße Wo bist du? Warte, ich nehm den Ich nehm... Ja, ich seh dich Ich nehm den Von dir aus Rechten Nein Von dir aus Link Der kommt dann auf dich zu Oh Direkt unter dir Ja, ich seh's Dann sollten wir das vielleicht jetzt nicht machen Oder ich hol den Ja, hol mal den da hinter dir So, und da ist noch einer Wurde entdeckt Das? Ach, man darf auch noch nicht mal entdeckt werden Das ist natürlich Fuck Du solltest vielleicht auch auf dem Dach bleiben Und dann einfach direkt den Tri-Kopter da stellen Nein, mein Tri-Kopter wurde entdeckt Ja gut, aber Ja Ich geh wieder links rum So, jetzt nochmal ein gescheit Tri-Kopter Gut Okay, mein Tri-Kopter ist unterwegs Geh dich mal ganz rechts rum War hier nicht mal diese coole Musik? Ja, ich hör sie gerade Bei mir ist hier noch keiner Doch, da steht Da steht Wollen wir die jetzt auf der Straße holen? Oder wollen wir Sollen wir die erst in dem Haus Warte, warte, warte Hier rennt gerade einer zu der Leiche Ich musste den gerade holen Ich hab halt auch noch einen Okay, wir haben nur vier Schuss Ja, jetzt steht Wow Ich hab den, den ich markiert Den, den ich markiert Da kann ich holen Ich wurde beinahe entdeckt Aber ich hab halt keine Muni mehr Achso Okay, dann versuch die mit der Gasgranate zu kriegen Irgendwie Ja, ich schalte die einfach Warte, ich kann da eine Dingsgranate hinwerfen Soll ich da eine Sprit-Schlafgranate Soll ich Schlafgas da hinwerfen Wo die zwei stehen? Genau Ich hol ja noch mal den letzten da hinten Wenn der mal werfen würde Hä? What the fuck? Ach, ich hab das mal wieder nicht ausgewählt Doch, hab ich sie auch an dir Okay, ich werf Schlafgas hin Okay Ich nehme mal die Armbrust in die Hand immer Ist sie nicht tödlich? Wie die Armbrust Ach, ich meine verschieft Meine kann Schlafgas verschießen, gell? Meine kann Schlafgas Geräuschmitte EMP-Dübel Und Haftschocker abwerfen What the fuck? Das kannst du auch umstellen So wie du deinen Feuermodus beim Dings umstellst Kannst du auch da Wie änderst du deinen Feuermodus? Wie änderst du deinen Feuermodus? Ich weiß nur, wie es beim Controller ist Ja, das ist natürlich Fail Wie gesagt, ich spiel mit Tastatur Tuck mal kurz V Ah, jetzt rede ich wahrscheinlich wieder doppelt Redest du mich? Ne, jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr Okay, gut Ta, so Okay, dann los Wir dürfen wieder niemanden töten Siehst du ihre Laser-Zielgeräte? Ja, also schön leise sein und den Kopf anziehen Markiert und markiert Okay, warte, ich hole gerade den der ganzen Ah, nein, den hole ich nicht, Tast Ich gehe zu dem Sniper da hinten, okay? Boah, boah, alter Ich gehe links in diesen Turm Hol du erst den Sniper, sonst komme ich hier nicht rüber Okay, nice Okay, der Sniper ist weg Warte, vielleicht nochmal wieder Tri-Copter Ich habe den einen Warte mal Ich weiß nicht, ob die Armbrust den jetzt trifft Das ist das Problem Ich riskiere es Okay Ich habe noch einen Okay, die scheiß Armbrust wird Schlafgas Wie gesagt Okay, jetzt rennt der da auch hin Ich habe noch einen Ich habe auch noch einen Der kommt noch einer zu dir Jo Da ist noch einer irgendwo, gell? Bei dir Oder was heißt bei dir? Den hast du markiert Ich habe noch einen Jetzt ist noch einer übrig, den du markiert Oh, da sind noch zwei Oh Warte, warte, warte Da sind noch drei Da sind noch mehr, ja Warte Hol du den einen da Ja, warte, warte, warte Ich werde entdeckt Oh, da sind noch viel mehr Vorsicht Du musst ihn holen Dann Pass auf, pass auf Geht er weg, geht er weg Nein, fuck Jetzt geht der da hin Warte, warte Ich kann den holen Nice Da ist noch einer Boah Ich muss noch zum Datenpaket Sonst hole ich kurz das Datenpaket Was ist denn bitte? Alter Ich glaube, du bist auf dem Last oder irgendwo Ja, ja Letzter Gegner ausgeschaltet Hier, willst du mich verarschen? Ah, sag mal Was ist das? Alter So Jetzt War nicht hier der Fernseher? Irgendwo? Ach da Wer ist hier bei mir? Ups Wie schon gesagt Wir haben das Spiel schon etwas öfters gespielt Deshalb haben wir halt auch eine etwas Gescheite Ausrüstung Wenn ihr den Tod im Unterwerk ausschaltet Bittet euch die Dunkelheit begrenzt Schutz Da sind zwei Leute und eine Kamera Ja Warte, die können wir beide zusammen holen Nein, jetzt nicht mehr Pass auf, der kommt Der eine, der eine kommt Der eine Warte, ich kann mal einen hochklettern Ich kann den einen holen Warte, ich bin hier gerade oben Ich habe den einen Ach, da ist wieder so ein Drohnen-Typ hier Oh nee, ich hasse die Kerle Ach so, du hängst da Geh mal rechts Ja, rechts von dir kann man durch Hier ist ein Fenster Und da wird die Kamera Ich mache hier kurz die Kamera Oh Oh, komm rüber, komm rüber Na, 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 na Warte, der müsste jetzt bei mir Ich glaube nicht, ich glaube nicht Warte, die Kamera weg LOL Die Kamera ist nur vorübergehend ausgeschaltet Müssen wir jetzt hier durch Nicht aus Das ist der Drohnen-Typ hier eben Warte, ich geh mal da unten rein Okay, der ist weg Warte, hier kann man seine Munition erfüllen Okay, ich komme auch mal rein Hä, nein, kann man nicht Ach, komm Da ist eine Kamera Gut Hier sind ja eigentlich nur Kameras, oder? Woah Ich habe mir beide eine Kamera eingelaufen Jetzt kann ich, ich schieße dir einfach ab Die Kameras, gell? Hat meine eine Schalldämpfer dran? Ja, okay, gut Gut, oh da hat er ja dann Die Letzte Ich glaube, wir dürfen immer noch keinen töten, oder? Wie lange würde ich sagen? Oh, Licht aus Gutternacht Oh, Taschen am Tüppis Ich glaube, wir dürfen noch keinen töten, oder? Das ist unsere Chance Gehen wir rein Okay, da kommen zwei Tüppis Kannst du den einen holen? Loll Ich dachte, ich hätte meine scheiß Armbrust, Alter Ja, das war jetzt Scheiße Ja Alter Mann Das war jetzt super Warum habe ich den Mann Naja Was soll's Brauche ich denn meine scheiß Armbrust denn nicht? Ich nehme, ich mache mal ein Nachtsichtgerät an, Alter Das sieht man ja gar nicht Ich mache meinen Sonar an, das ist viel besser Warte, die Der eine geht da hinten rum Kommen alle drei, glaube ich, hier Und versuch, du mal, versuch, du mal da lang zu gehen Warte, der eine Ich kenne den einen Schlafge- Ah, ja Okay Ähm, jetzt bleiben wir hier an so einer Stelle hängen, das ist ja natürlich geil Ja Sollten die vielleicht gleich ganz am Anfang Schande holen, ne? Na Der eine kommt zu mir Einer kommt zu mir Obwohl, der eine kommt nicht zu mir, der läuft außen rum Aber einer kommt zu mir Ich habe einen Ich habe einen Ich habe auch einen Keine Und der andere kommt auch zu mir Warte, 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 warte Warte, warte, warte Nice Okay Jetzt, wo kann man hier rüber? Hier Oh, da Oh nein Ich weiß jetzt, wo es kommt Na Warte, lass mich das machen Lauf mir einfach hinterher Aktivier deinen Sonar Dann siehst du sie so halb Was sind die Sicherheitsvorkehrungen? Landmeer Seid vorsichtig Möchtest du vorgehen? Nur zu, Sam Aber andersrum Pfff Oh Die sind auch super gelegt Weil wir hier so einfach durchlaufen können Okay Ich sehe so gar nichts Die 87 wieder anmachen Ich sehe voll viel eigentlich Ich gucke mal, ob ich meinen Quattro Copter noch Habe ich den noch? Ich habe ja wieder Muni aufgefüllt Oh, da läuft ja ganz knapp einer vorbei Geil Jetzt hören wir zu mir Komm ich schieße Ich füge immer mit meinem Quattro Copter rum Quattro Copter rum Quattro Copter meinst du? Ja, stimmt Triccopter Okay, der heißt Sag ich immer Quattro Copter Ich weiß nicht, wir machen das Licht an Ja, ich will das Ja, ich will das Komm, wir können hier oben auf das Ding Alle vier Schüsse müssen sitzen Alle vier Schüsse müssen sitzen Okay, nice Warte, ich nehme auch mal den Triccopter Ich flieg mal ganz nach hinten Da den einen zu holen Oh, außer Reichweite Scheiße Oh, da drüben ist einer Den könnte ich holen Ich kann hier einen holen Ich muss nachladen Oh, fuck Ich habe einen umsonst verschwendet Okay Ja, sehr schön Jetzt habe ich keine mehr Da sind noch zwei Tipees Den einen kann ich mir Na Ja Kacke Was war das jetzt bitte? Ich habe den einen gemacht Und das hat der andere Anscheinend gemerkt Wo er im Rücken zu dem stand Weggelaufen ist Weggelaufen ist Dorne abgesetzt Oh, ich habe dir gerade deinen Hintern gerettet Danke Da ist noch einer Oh, ich habe keine Muni mehr Ja Na klasse Dachte du liebst herausforderungen Weg hier Bevor uns jemand entdeckt Warte mal, ich nehme mal Ich nehme mal wieder den Triccopter Setze jetzt deine Drohne ab Höh Kann er mich denn bitte sehen? Oh So kann er mich sehen Komm Lauf zurück Habe ich denn hier so irgendwelche Geräuschschocker Oder so Geräusch Na, habe ich nicht Alter, Junge Lauf doch mal zurück Dann werfe ich dich halt mit Tränengas ab Oder schlafe ich Warte, 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 warte Warte, 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 warte Pull ihn mich, pull ihn mich, pull ihn mich, pull ihn mich Zu spät Mann, du Ich glaube das waren sie, oder? Ja Ja Ne, dahinten ist noch einer, dahinten ist noch einer Ja, wenn er uns nicht sieht Okay, er wird uns sehen, pass auf, pass auf Okay Okay, nice Ich glaube ab jetzt darf man, oder? Ich bin mir nicht sicher Ne, ich glaube nach einer, so einer Tür oder sowas Ne, das war ab einer Tür Oder doch, 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 ab jetzt, ja, kann sein Ja, sehr gut Sehr, sehr geil Auf dem Weg An der Tür ist ein Retina-Scanner Grim, können wir Charlie auf die Tür ansetzen? So viel befolgen Keine Zeit Hilf mal Sehr geil Klasse Das ist geil So, erstmal Nein Falsch 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 Ich könnte mir jetzt zeigen, welche noch eine Waffe nehmen Ne, ich habe jetzt meine SC40 und nochmal aufgefüllt Okay, obwohl wir eigentlich noch keinen einzigen Schuss genutzt haben Bezimmlich, oder? Doch für die Kameras Boah, hier sind ja wenige Leute Oh, hier sind ja wenige Leute Doch, leider Mh Wir sehen 20 Sekunden hinter den Zeit Wir haben Sichtkontakt, Sie entfernen den Sprengkopf der Rakete Mach schnell, wie lautet der Plan Rackete wird in Position gebraucht Rackete wird in Position gebraucht Was er wieder redet Epic Das Geile ist, man könnte den ja jetzt ausschalten, aber durch das Glas kann man nicht mehr schießen Falsch Dann müssen wir wohl hier unten oben Guck mal hier rein Okay, da ist ne Tür, da könnte einer durch Ich glaube da gehe ich auch mal durch Ich gehe unten Sonst gibts... ja ok Komm zu mir Junge, du sollst zu mir kommen Oder so Nice Warte da Oben ist einer Ich könnte da Schlafgas hinwerfen Und das Problem ist, dass ich dann 100% entdeckt werde Warte, warte, warte mal Wo kam uns zu denn rum? Okay, da hinten Soll ich das ausprobieren? Nein, nein, nein Wir können sie zusammen Nein, können wir nicht Doch, wir können sie zusammen Warte, 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 doch, warte Jetzt können wir zusammen Nice Oh fuck, da oben ist ja noch einer Ja, da hinten gammelt noch einer rum Ich könnte den aber auch In so einem Goal um... Mach ihn, mach ihn, mach ihn weg Warte, warte, warte Das steht halt hinter so einem Ding Oh fuck Okay Sehr schön Ihr müsst das Extraktionsprotokoll umkehren Der ist erledigt Der ist erledigt Der ist erledigt Oh, da kommen ganz viele Nein, der hilft keiner mehr Ich kann nicht, wenn ich nicht Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja , ja, 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 definitely Jetzt müssen wir nach hier hin, oder nicht? Wo ist das? Hier, wo ist der? Cool, sehr, sehr gut Alter, wie der aussieht, ja Lass mich, lass mich verpissen, lass mich irgendwo ganz hin Ja, lass wieder nach da oben gehen Oh, oh, sniper, sniper, sniper Ich renne Ähm Ich werde besch... Alter Nee, es sind schon wieder diese... Gammelkack-Einheiten da Wo schießt denn hier die ganze Zeit einer? Ah, da ist noch einer da drin Vorsicht, da kommt einer runter Oh, fuck Ähm, ich sehe aber... Gerade nichts mehr Doch, da ist noch einer bei mir Ja, fällt jetzt durch die Turm und wirft die halt nur um Oh, du... Schafft die Rakete zurück in ihr Silo, da wird sie dann durch ein Zeitschloss gesichert Letzter Gegner ausgeschaltet Ich komme Warte, 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 Mann Da unten hat's noch Munition und so, gell? Oh... Gut Gut Ich will meine Ausrüstung... auffüllen Füllen Warte mal Wird sich auch hier sehr... Sagen wir... Action-lastig Ja Ich nehme mal... Ein paar Granaten mit, glaube ich Hab ich sowieso So... Komm daher Was tust du? Aber... Okay... Machen wir weiter Verdammt! Ein indischer Eingreifverband! Euer Weg ist abgeschnitten! Oh, da kommt oben, wo ist ein Hauptziel, glaube ich, oder? Ja Überprüfen! Okay, ihr könnt der Rakete nach draußen folgen, wenn Vora nicht den Weg blockiert hat Wir werden's rausfinden Wir wurden in Deck, oder? Ich komme ja gar nicht weniger, ey Jetzt wurden wir in Deck Das Hauptziel müssen wir einfangen Das Hauptziel kommt immer näher Wow, das beschießt mich Ich geh mal woanders hin Warte, geh du mal... Ist das ein Schild-Typ hier, oder? Nein, nein, das ist ein ganz normaler Okay, warte Schwere Einheit Warte mal, ich logge sie mal hierher Er hat sie weggedreht, er hat sie weggedreht Hol ihn dir, hol ihn dir, hol ihn dir Ich hab ihn Ich hab... Okay Na 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 Du stirbst Oder besser gesagt, du bist verhaftet Oh, hallo, ich bin hier drunter Oh, geil Bereich gesichert Du kommst ja nicht durch Ich muss jetzt passen rum Oh... Ja, das ist ja super Okay, kann der so schnell rennen? Oh... Sam, Briggs, ihr wisst sofort da raus Wie wärst du mit einer Richtungsangabe? Folgt der Rakete, sie wird eine Tür zum Hangar passieren Von dort kann ich euch abholen, wenn ihr euch beeilt Okay Einen Moment Ich muss das Türschloss hacken, sonst kommt da keiner durch Okay, das Schloss ist geknackt, es geht weiter Komm schon, bringt wir es hierher nach uns Oh, das ist jetzt eben, ich wusste es Jetzt müssen wir wieder so hässlich rennen Das klingt, das wird ein Wohren und die Einheimischen ein Fass aufmachen Lalalala Es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp Irgendwie machen wir Trakurs-Skills hier, Trakurs-Übungen Oh, es wird echt knapp Okay, ich komm durch Ja, 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 ja Renni! Wir sind umzingelt Wir sollten uns schon mal Alibis ausdenken Grim, ich mache den Skyhawk klar Verstanden, Hubschrauber kommt Sehr geil Sehr, sehr geil Ja, das war auch diese Mission Ghosts Oh, geil Ungestörte Gegner Boah, 35 Stealth-Knockers Ha, ha Gut Ähm, na lol Da hat man ein bisschen was verdient Ähm Gut, dann würde ich sagen, dann war es das auch für diese Folge und diese Mission Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Ja, bis zum nächsten Mal Tschö Tschö Kürt 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 Vielen Dank.